Ihr wünscht. So, Wildhunde mal wieder. So, und da sind wir auch durch... ...Lars Wood fast durch. So, jetzt sind wir durch Lars Wood durch. Ist eigentlich auch ein sehr schönes Örtchen. Man sieht sogar noch die Räuberleichen auf der Map rumliegen. Und ja, die alte Turmruine. So, dann reisen wir mal hier rüber. Wo sind wir jetzt? Das Ding hat keinen Namen. Jedenfalls keinen offiziellen Ingame. Und ist vielleicht hoffentlich nicht so groß wie Last Wood und Pelt Rail. Wir sollten hier halt machen. Ihr wirkt müde. Passt mal eh. Oh, die Zaubern ist nicht so einfach, wie es bei mir aussehen mag. Ich bin nicht mehr müde. Oh, magische Geschosse. Ich muss mich ausruhen. Ja, dann rasten wir mal. Bei Tag läuft es sich auch besser. Wie ihr wünscht. Oh ja, Dolatsturm. Darauf freue ich mich so überhaupt nicht. Eine Riesenspinne. Tote Riesenspinne. Tote Riesenspinne. Ein Netz. Okay. So, hier haben wir schon mal rausgebracht aus diesem Netz. So, das Netz hat zum Glück aufgehört. Oh, Schwertspinne. Schwertspinne, nicht gut. Das ist eine Phasen. Ja, das ist noch eine Phasenspinne. Ja, scheiße, Sau. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das hatte ich echt so nicht mehr in Erinnerung. Dass hier die Spinnen überall fallen liegen. Ich werde mich im Handumdrehen. Ich werde mich im Handumdrehen. Ne, bald schade. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Weitschrate verbünden sich ja gern mit Spinnen auch noch. Hi, Farnington. Was willst du? Hallo Reisende, ich bin Farnington. Ein Tastly hat meine Weisheitsformel gestohlen und ist nach Osten geflohen, zur Behausung der Waldschrate. Damit hast du jetzt wohl in Schüssen wahrscheinlich Mausetur, aber die Waldschrate wissen den Wert der Formel bestimmt nicht zu schätzen. Wenn ihr sie mir wiederbringt, verbessere ich euer Karma, das versträche ich euch. Ja, Farnington, ein seltsamer Priester im Schafsamwald, ist seine Weisheitsformel gestohlen worden. Er scheint das Gebiet gut zu kennen und vermutet, dass sie in die Hände eines Waldschrads im Osten gefallen sind. Hmm. Okay. Dann gibt er mir etwas, womit ich mein Karma verbessern kann. Ach, noch mehr rote Magier. Stimmt, die waren ja auch hier. Wir haben keine Angst vor einem Haufen rotgekleideter Irrer, die sich aufspielen wollen. Bitte tötet uns nicht, wir wollen nicht sterben. Wir haben keine Angst. Eine ganze Gruppe arroganter Weichlinge, welche eine Belohnung euer Tod wird, umso süßer sein. Okay. Bitte laden. Und dann sollten wir sie von der richtigen Seite aus angreifen. Das sind nämlich schon wieder rote Tei-Magier. Und da sollten wir uns vorher auch ordentlich buffen. Also kriegt Kegain mal Stärke. So, was ist da? Schutz vor Verstandung bringt nichts, aber ein Chaos-Schild. Das war nicht so gedacht. Genau den Zauberverhaut, Nehrer. Okay. Und das, obwohl wir Chaos-Schild gesprochen haben. Wird daraus dann einfach mal so ein Feuerball. Wo geht es diesmal? Was ist das Ding, Mann? Ich bin nicht mehr Kraft. Vita, Mortis, Arion. Ja? So, wir haben keine Angst, also töten wir euch. Da frisst magische Geschosse, dass du schnell stirbst. Ich habe keinen Bock zu reden. Das wird kein schneller Tod. Ja? Genau, kümmern. Was ist es diesmal? Mehr magische Geschosse. Wie kann ich helfen? Gut. Das waren wieder ein Haufen Themenmagier. Wie ihr wünscht. Mit vielen Formeln. Oh, Magie zerstören. Eine Blitzschutzruppe. Energiering der Sieger. Hm. 19 Ladungen. Ja. Energie zerstören. Und das bringen wir die Banera bei. Wie kann ich helfen? Noch mehr Woben mal einsammeln. Kälte. Feuer. Und nochmal Kälte. Mal Munition nachfüllen. So. Worum geht es diesmal? Der Wald. Erinnert einen ständig an diese Elfen-Schwuchteln. Zwei Versteinerung nochmal. Neuer Panzer. Schmieren. Lint halt. So. Quicksave machen. Eine Irre. Okay. So.